ja so ist die Fränke alles wieder ja genau okay ich hab grad guckt ich hab noch genügend Speicherplatz muss ja auch mal klargestellt werden das ist ja sonst echte potenziell wer noch zwei Eisen und das hat sich gelohnt Prozent das kann ich nicht gesagt haben Schmeiß ich den ganzen da mal rein und werden wir haben zwei neue ich hab das doch ein bisschen unterschätzt Möchtest du hier rein? Huch ich wollte dich gar nicht scheren tut mir leid ihr geht mal ey Leute bitte geh mal weg äh ja ja genau kenn ich gehst du weg komm hier ey das war jetzt nicht so gedacht dass wir doch den Eingang versperrt so danke so hallo ähm ähm hallo Entschuldigung Schäfchenlein Schäfilein ey jetzt jetzt komm hallo genau genau ja genau jetzt packt sie sich hier durch wo ist das Fenster? ach da was? was? ach nö ey alle bleiben da stehen keiner bewegt sich hab ich euch schon mal erzählt wie dumm dieses Kommando war so alle aber rein aber aber Dalli sonst gibt's hier gleich fett auf die Fresse aber dann könnt ihr gehen da ach ne das kann doch nicht wahr sein alle herein du auch noch ja steh da nicht so rum rein so könntest du auch noch ne will nicht kommen ok hab ich ja akzeptiert hab ich ja akzeptiert dass du obdachlos werden will hallo hallo äh jetzt packt ihr euch aber nicht nochmal raus hallo kommst du mit? bist du brav? nein mh ja war mir klar rein komm rein nein ach man ey ähm kleiner kommst du mit mir wieder rein? ähm nein du bist noch nicht alt genug um entscheiden zu können dass du hier ey sag mal Leute jetzt aber Nachwuchs machen aber Dalli jetzt steht da nicht so rum jetzt mach's reinkommen heut noch ey Leute das ist doch jetzt grad grausam na komm die kleinen kann man hier super reinlocken komm rein ja man jetzt komm rein steht da nicht so doof rum ja war ein Versuch ähm ja ok wir haben jetzt hier wieder Riesenverlust komm rein hallo jetzt rinnt der andere gleich wieder raus ey das ist doch hier zum Amok laufen komm rein hallo ey sag mal wollt ihr mich hier verarschen heute? komm rein komm rein komm rein komm doch mal rein ey komm rein hier ist Party willst du nicht reinkommen? hier ist jetzt Riesenparty willst du nicht reinkommen? äh Leute ey nein ey kann doch nicht wahr sein ja komm jetzt kommt ihr aber äh nein nein scheißvieh ich toll alle weg hallo kommt rein reinkommen jetzt so danke du magst mich wenigstens du bist nett die anderen sind scheiße stopp ihr bewegt euch nicht keiner bewegt sich von der Stelle mitkommen hallo hier bin ich hallo mitkommen ja du bist ja kommst du mit? okay das heißt wohl nein ey sag mal Leute guckt mal wie viele Verluste wir hier haben zieht euch das mal rein komm mal hier hin so jetzt kommst du dann auch mit das ist schön kommen hier direkt zwei Stück Moment aber erstmal hier danke ne bevor ihr wieder verschwindet damit ich wenigstens gibt na komm hier lang brav ja hier lang hopp jetzt kommt er auch noch mit rein hier lang hier rein hier rein hier rein hier rein ich hab gesagt hier rein hallo ja ja so zur Feier des Tages gibt es hier gleich fett auf die Rübe kommst du mit? hallo kommst du mit? ach man hallo ähm nein 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 Leute ich mach das jetzt zu als Strafe und als Strafe geh mal hier weg alte Pottsau ey da komm verpiss dich so ich hab ganz schnell reizt so ich muss ja echt hier hohe Sicherheit noch anbringen das ist doch achte Scheiß äh töten die mich hier gerade? ähm also ich bin schon geschockiert der wird die von meinen eigenen Schafen umgebracht also naja die Tatsache dass die es versuchten ist ja auch schon einiges wert ne so okay die beiden die kriegen jetzt hier wieder die Farbe die ich brauche und der Rest bleibt jetzt hier brav drin man 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 ich suche gleich mal Psychiater auf weißt du das? die Tiere machen ja noch ganz Curry ey Mann 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 also Minecraft ist nicht für schwache Nerven muss man aber dazu sagen so ja okay haben wir noch einen der hier ausgebüxt ist ausgebüxt aus der Büchse hahaha wir gehen mal auf Patrouille und gucken ob wir hier noch hmmm den ein oder anderen finden Wanne brauchen wir denn Leder? ähm Entschuldigung würdest kommst du mit? na aber erst hier ne? genau das ist die ich habe ich habe immer Schiss wenn ich da welche reinlocke dass wir die anderen da rausrennen deswegen gibt es jetzt keine neun Freunde für euch ihr bleibt jetzt so wie ihr seid es gibt keinen neuen Spielkameraden und du stellst dich da nicht drauf man muss mit dem mal ein bisschen strenger sein sonst sonst attackieren die einen wie so ein Hund naja der Wolf der ist um ehrlich zu sein sicherlich netter als die Schafe hier gerade so okay was wollte ich machen jetzt haben die mich ganz durcheinander gebracht ähm ja dann gucken wir jetzt mal was wir noch machen können ja ihr ihr stöhnt hier rum vielleicht können wir einen Kuhstein machen was haltet ihr davon dann können wir hier ein bisschen Leder gewinnen das mache ich jetzt einfach mal die bleiben dann aber erstmal hier für ne Zeit weil ich kann die doch jetzt nicht alle schlachten nur weil ich umziehe die müssen dann hier bleiben ja aber bei den Kühen gehe ich wirklich nur mal auf die Taktik des Zauns zu dann mal brechen die da gerade aus ne da können die froh sein sonst laufe ich hier gleich Triple Amok das Spiel macht einem die Nerven kaputt wie ich bin